Recht herzlich willkommen zur Folge Nummer 17 von Towns, die zweite Staffel. Ja, sind wir drinnen. Und was haben wir letztes Mal gemacht? Das letzte war hier, glaube ich, den Baum gefällt. Oh ja, er ist schon gefällt. Die Äpfel werden gerade abgeholt. Hier noch ein paar Steine draufgesetzt. Das haben wir letztes Mal gemacht. Ja, jetzt ist das auch weg. Jetzt könnten wir eigentlich auch sofort noch gucken, dass wir hier noch einen zweiten anheuern, sozusagen. Zonen und Tavernenraum. Das ist also hier. Dann machen wir den auch, oder? Wäre schön, wenn ich den irgendwie hinkriege, dass das auch passt, ne? Ach so, ich bin in einer Etage zu hoch, deswegen geht das nicht. Nochmal das Ganze. So, jetzt geht's auch dann, ne? Ich wunderte mich gerade schon. So, dann brauchen wir noch ein Bettchen für den Herrn, der da schlafen soll. Ach so, da haben wir normale Betten gemacht. Naja, komm, dann gibt's da auch ein normales Bett, oder? Ist das jetzt so rum richtig oder andersrum? Reicht jetzt mal so rum, ne? Kapat. Öffnung nach da. Und wir brauchen noch eine Kerze dazu, oder? Da sind Kerzen. Gut. Ein Held ist da und der zweite kriegt dann seinen Raum dazu. Ich bin jetzt gerade gewillt, hier einfach wahllos gleich noch ein paar Kerzen hinzustellen, weil es hier so luster ist, oder? Ich mach nur einfach irgendwo, wenn's irgendwie in der geht, noch nicht mal okay. Ja. Kann man hier eine Kerze hinstellen? Ne, will er auch gar nicht auf den Berg stellen. Ah, da geht's. Dann stellen wir doch da mal eine hin. Und da mal... Ah, schon wieder abgewählt. Dann machen wir da auch noch eine Kerze hin. So, gut. Dann haben wir auch einen Weg, der beleuchtet ist, oder? Gut, ist nur die Frage, wie es hier weitergeht. Hier müssen mal Bretter gemacht werden. Wir haben aber gar kein Holz. Warum schlagen die kein Holz? Die Bäume sind doch alle hier, oder? Okay, das war zu hoch. Auf ein neues. Und dann können wir mal gucken. Aber hier ist ja noch ganz schön viel Erde, die wir auch wegmachen können, ne? Ne, das wollen wir nicht machen, ne? Gut, dann müssen wir das... ...irgendwie anders gestalten. Und zwar so, oder? Das war jetzt irgendwie nicht so, wie ich geplant habe, oder? Hä? Was soll das denn jetzt? Gehen wir einen höher. Schippe, oder? Macht er so nicht. Warum geht das denn jetzt nicht? So, hier schnellstens jetzt mal das wegmachen, sonst haben wir da gleich nämlich irgendetwas gemacht, was nicht so ist, wie ich das möchte. Und jetzt hier schippen raus und los geht's, ne? Das hat er jetzt nicht gemacht, da hat er wieder unten tiefer gemacht. Ist das hier zu machen? Ja, jetzt hat's geklappt. Schippe raus und los geht's. Was soll der Kack denn jetzt schon wieder? So, an dieser Ebene bin ich, richtig? Und da kann ich doch hier auch sagen, mach mir das weg. Macht er aber nicht. Weil er es wieder hier gemacht hat. Da soll er es aber gar nicht machen. So, eins, zwei. Schippe raus und auf geht's. Hat er wieder nicht gemacht. Nicht dicken, sondern schippeln. Okay, dann ist das der Fehler wohl. Ich muss hier drauf klicken, ne? Geht nicht mehr. Keine Ahnung warum. Ah, so geht's. Immer die Shift-Taste nicht schön drücken, ne? Dann geht das auch nicht. Will da wieder nicht. So, jetzt haben wir's aber, ne? So, jetzt wird das auch alle abgebaut. Ich will mal hoffen, höher war nix mehr. Nein, war's auch nicht. Dann passt's. Eine Etage hoch, dann sehen wir's. Ja, der läuft da jetzt rein und gräbt natürlich hinten als erstes. Aber nicht schlimm. So, hier haben wir auch schon einen beleuchteten Weg nach da hinten, so wie das aussieht. Das ist ja auch prima. Ja, die Kerzen unterwegs stehen wohl. Obwohl ich jetzt nicht gerade hier sehe. Ob da eine ist, aber wird schon sein. Oh, da ist schon alles fertig. Aber es ist nur ein Held da. Was macht denn die Happiness? 24 von 48. Das ist nicht gut. Okay. Alle haben was an. Das ist auch schon mal was. Wo ist der Held? Der läuft unten rum. Aha. Da hat er ja noch ein bisschen was aufgedeckt jetzt. 1, 2, 3. Okay, dann müsste hier noch gegraben werden, ne? Da ist es auch so. Aber hier müssten wir doch dann 2, 3. 1, 2, 3. Das heißt, hier hinter muss auch schon eine Kerze hin. Ach, da war mal schon richtig. Da waren wir schon richtig. Hier ist er. Und zwar muss die... 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dahin. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kerze. 1, 2, 3. 1, 2. Ja, das geht auch nicht. Aber das werden wir schon auf Dauer hier noch hinkriegen, oder? Der Stein muss weg. Weil da muss eine Kerze hin. Na, da würde irgendwo auch was sein. Aber lassen wir erstmal so. Das sieht doch ganz schick aus hier. 1, 2, 3. Kerze geht da auch. Ist hier noch was? Nein. Den Stein weg und eine Kerze da hin. Dann passt's. Ja, da müssen wir noch was wegreißen. Machen wir mal gerade. Gucken, wie lange das dauert. Ist aber nichts, was wir machen müssten. Gucken wir mal wieder nach oben. Zweiter Raum ist jetzt hier fertig. Hier steht keiner drin. Also erholen tun die sich sowieso nicht gerade. Zange haben wir. Hm. Wie ist die Happiness? Wenn es 25 steigt also. Wie ist mit Essen? Das ist die nächste Frage. Dahin. Drei Brote. Äpfel, ein paar Bieren sind da. Aber irgendwie klappt das jetzt hier auch mit dem Holz nicht, ne? Warum wird kein Holz abgearbeitet? Hier, oder? Was haben wir hier? Planted Tree. Snow Tree? Nee. Pine Tree. Das hier ist ein Planted Pine Tree. Ja, und das hier ist ein Planted Tree. Das sind also die beiden oberen Sachen. Na, da ist jetzt auch ein Holz drin. Aber es fühlt sich niemand dafür zuständig, das zu tun, oder? Carpentry ist auch da. Die haben so viel anderes zu tun, deswegen machen die das wohl nicht, ne? Auch schön. Keine Ahnung was. Ja, es sind natürlich auch tausend Aufträge da. So ist nicht. Rote 2, Mehl ist da. Sind die so mit Essen machen beschäftigt? Kann das sein? Sind ja schon einige, ne? Jetzt sind die in den Keller geflitzt, ne? Zack, zack, zack. Ja, jetzt wird gerade ausgehöhlt hier unten. Und Kerzen machen wir natürlich wahrscheinlich auch. Da ist das Holz dann weg. Hier müsste eine Kerze hin, aber das ist ja auch doof, ne? Wird woanders abgearbeitet, die Kerze? Destroy. Und eine hinstellen. Und wo sind die anderen am Meißeln? Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Dein. Jetzt haben wir da einen Mehrwert weggemacht. Kann das sein? Wo ist denn das? Da war das, ne? Ja. Warum will denn der da keinen hinbauen? Komisch. Hm. 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 Oh, guck mal, da oben ist noch ein grüner. Naja. Irgendwie steht's gerade. Oder täuscht das nur? Täuscht wahrscheinlich nur. Da kommt auch einer gerade. Äh, der macht da was weg. Kann das sein? Jo. Nicht? Ja. Da. Ja. 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 Ja, hat keinen Sinn da, da muss ich doch erst hier was weg machen, weil ich es sonst nicht sehe. Der muss auf jeden Fall weg. Und da kommt schon mal auch eine Kerze hin, ne? So haben wir. Das wäre dann hier irgendwo vielleicht, aber da können wir keine hinstellen, passt schon. Ziehen wir da noch durch? Ich glaube ja, ne? Da muss eine Kerze hin. Da eigentlich auch, aber kann man nicht alle machen. So, mal hochgucken. Wie sieht es hier oben aus? Ah, die Ebene haben sie wahrscheinlich auch schon geplättet, oder? Ja, deswegen hat es auch eben so lange gedauert, dass die was machen, weil die hier die ganze Ebene platt gemacht haben. So sieht es aus. Ein tiefer und wir sehen nichts mehr. Genau so ist es. Okay. Holz haben wir nicht, wird aber gerade gefällt, Toll. Wo ist er denn? Hier sind Bierbäume, die aber keine Früchte tragen, beziehungsweise werden sofort abgeerntet. Okay, dann machen wir mal hier gerade was. 26 ist die Happiness und da kommt ein Händler. Hatten wir schon mal einen? Ich glaube nicht, ne? Da müssen wir hin. Ja, müssen wir mal schauen. Aber ich würde mal sagen, für die Folge soll das wieder reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.